Da schreien die Leute dann am Donnerstag um 13 Uhr Hoch die Hände, Wochenende! Ja, Sieger, brauchst heute am Freitag um 1 Uhr nirgends, wo wir aufrufen, sie reichen uns außerhalb unserer Geschäftszeiten. Und dann, Donnerstag, 11.58 Uhr, ich geh ab Pause und dann nach Hause. Schönes Wochenende, Bing! Der Kuli liegt schon am Tisch, Herr daneben und wir sind schon daheim. Weltklasse, Donnerstag, Nachmittag frei, Freitag frei, Samstag frei, Sonntag frei. In der Woche drauf nimmst du am Montag gleich mal Zeitausgleicherl. Hallo, 4.5 Uhr frei, 2.5 Uhr arbeiten, klingt sexy, oder?